So, was machen wir heute so? Also ich muss Saat raus fahren Du? Ja, ich muss mal schauen Schnellstecker einsammeln Schnellstecker? Ja, sonst kann ich dir ja sonst helfen Ja, ich hole noch schnell mein Walkie Talkie Ah ja, genau Da habe ich es reingelegt Also dir viel Spaß Geht ja Warte kurz, welcher Kanal nehmen wir Nehmen zwei Zwei, ok Nehmen wir doch schnell was zum Trinkern mit Zack, also Servus Ja, Servus Ich muss abnehmen Ich passe nicht durch die Tür So Ah Das grün war gestern schon ganz nice Oh, was doof war das? Und so Ah So Und so So Und dann Und dann Und dann Du kannst doch mal noch mal schneller kommen, weil irgendwas klemmt beim Gabelstapler rum. Ja, komm. Du kannst doch mal schnell da probieren, den Rückwärtsgang wieder reinzulegen oder mal drei, weil bei mir geht das gerade nicht. Ja, aber im Gabelstapler. Da steht er. Ja, da bin ich gerade etwas reintrascht, weil nichts gegangen ist. Ich bin jetzt gegangen. Ja, ich habe noch drei gegangen. Ja, aber nicht. Danke. Tschau. 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 Das war's. So ein Schirmwerk, Okay, mal. Oh, yes, ja. So, ja, mal. So. Das müssen wir nochmal ... ... wo schon drauf geht? K, wir sollen mal Weizen, oder? Oder was? Fällt, eh, fällt 17, mach mal Weizen wieder drauf, oder? Ja, ja. Ja, wir sind wegen der fruchtvollen Geschäden, was davor war. Glaub, davor, Läufer glaube ich, das ein Öl-Ding ins Auto war, es wär nur wie heiß, aber, ja. So, dann, ich hab die Klinik hier und jetzt, ich hab die Klinik hier, Das ist ein Mier. Das ist ein Mier. So, das ist ein Mier. Das ist ein Mier. Es ist ein Mier. falsch. Das ist ein Mier. Det ist ein Mier. Das war's für heute. Du auf dem Gabelstapler, da ist jetzt noch ein paar Paletten drauf, da sind jetzt noch ein bisschen Körner drinnen, okay? Nur dass du es weißt. Ja, das ist. Ja, das ist. So. Die Flutthianne, die Handmültan herab. Die Flutthianne, die Handmültan herab. Die Flutthianne, die Flutthianne herab. Die Flutthianne, die Flutthianne. Die Flutthianne kommt sicher in der Richtung. Und mit der Flutthianne. Ihre Flutthianne. Die Flutthianne. gut also geflüchtet du müsst die Schafel ziehen die hier wieder voll die Schafel und das ist ein Fiss dann und dann auf dann fahren wir einmal zum Land runter ah na das sei nicht so stressen das ist gar nicht so dann das ist das war das ist das ist das ist die 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 ein dann muss ich jetzt das handziehen da müssen wir sonst auch mal der Etasplik gerade Untertitelung des ZDF, 2020 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 alles gut läuft mit E-Touchen die fast neben ihm sind und? Passt alles? ja alles gut bei dir? ja hab jetzt die erste Führer schon schon? ja alles gut ja da haste ich noch viel vor dir oder? ja ist schon ein wenig ja und viel Spaß dir noch danke ja 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 dann fangen wir mal von der anderen Richtung ja 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 So, noch mal ein bisschen wieder. So, noch mal ein bisschen wieder. Soll ich so leicht, um der Weg zu sein. Soll ich das nicht. Soll ich da. Hier wieder. Da war ich hier. Soll ich da. So ein paar gehen sogar noch drauf, muss ich erst mal schauen, genau. Das heißt, ich komme direkt mal wieder zurück. Der Dittat nimmt sich nicht an der Lauf auf. So. Ah, voll, voll. Ist ja so. Du, du weißt ja, dass wir dieses Jahr endlich morgens die Viecher bekommen. Weißt du, wann die schon kommen oder? Du, ähm, ich glaube, dass Sie gesagt haben, dann müsste ich noch mal schauen, in den Unterlagen, die morgen oder irgendwann kommen. Ja, das ist gut, weil wir müssen langsam anfangen, erste Wiesen zu machen. Ja, aber, ähm, ich glaube, da müssen wir erst mal noch was kaufen, weil, äh, Wiesen ist eher, das schaut noch schlecht aus. Na, warum? Wir können ja da hinten, äh, unser Feld, bei uns hinten Elfer bisschen noch anfangen zu machen, oder? Ja, ähm, ähm, kommst du noch anschauen. Ja. Du, wir dürfen einfach nicht vergessen, äh, noch Sachen für Silage zu kaufen, also das Viebeschild und so. Und dann noch für die Viecher, die ganzen Sachen, ne? Äh, ja, das hab ich schon bestellt, sogar. Wenn wir dann die Viecher abholen, oder wenn man die uns liefert? Äh, ich, äh, wir haben sie ja mit Lieferung gekauft, das heißt, dass sie uns liefern. Also, das liegt bei mir auch immer. Okay, das geht. Dann ist ihr gut. So, das geht. Du hast dann eigentlich schon das Geld was dazu bestellt oder muss man es nur bestellen? Da muss man es nur bestellen. Ja, okay. Dann ist es gut, ja. Aber stopp, warte mal. Was? Was ist das mit den Börschenfi? Ich hab' nicht bestellt. Nein, Schau, nein, ich hab' ... Na, nee, nein, ich hab' den Börschen, du sag' mal, ich hab' nur ... So, Lekord ... So, Lukas. So, Lekord ... gegeben sind jetzt am Ende der Folge angelangt schreibt mal gerne in die Kommentare wie ihr das sehtet, abonniert auch gerne, lasst ein Like da wenn es euch gefallen hat und schaut euch gerne auf Instagram vorbei da werden die Faden Nails meistens etwas früher hochgeladen dann wünsche ich euch noch einen Spaß und ciao Ciao bis zur nächsten Folge